Hallo und herzlich willkommen auf Gutscheinrausch.de. Wir zeigen euch heute, wie ihr einfach hier einen Topshop-Gutschein von uns einlösen könnt. Dafür ist es erstmal erforderlich, die Topshop-Gutschein-Seite bei uns zu besuchen. Und hier im oberen Bereich werden nun gleich unterschiedliche Gutschein-Aktionen angezeigt. Zum Beispiel gibt es derzeit mit einem speziellen Gutschein-Code gratis Versand auf jede Bestellung. Und damit ihr die Details zu dieser Gutschein-Aktion erhaltet, müsst ihr hier erstmal auf die Schaltfläche Gutschein-Code anzeigen und Shop öffnen klicken. Es öffnet sich daraufhin ein neues Fenster mit einigen Details zur Gutschein-Aktion. Hier oben wird direkt der Code angezeigt, den man sich hier auch kopieren kann, indem man auf das Scheren-Symbol klickt. Darunter gibt es Informationen zur Gültigkeit, zum Mindestbestellwert und Einlösehinweise werden ebenfalls angezeigt. Im anderen Tab hat sich nun bereits die Internetseite von topshop.com geöffnet. Und es liegt natürlich nun bei euch, Artikel in den Warenkorb zu legen, die euch interessieren. Ich habe einfach mal ein paar Schuhe hinzugefügt, das hier derzeit 25 Euro kostet, aber Versand in Höhe von 6 Euro kommt derzeit noch dazu. Es gibt nun aber die Möglichkeit, hier unten links im Warenkorb bei Promotion-Codes in das Textfeld zu klicken, einen Rechtsklick zu machen, auf Einfügen zu klicken und daraufhin müsst ihr nochmal mit dem Klick auf Code bestätigen, diesen Gutschein-Code absenden. Topshop prüft ihn nochmal. Hier wird nun auch angezeigt, Promotion-Code erfolgreich hinzugefügt. Und hier rechts steht nun auch kostenfreie Standardlieferung 0 Euro und die Gesamtsumme hat sich so hier rein reduziert auf den Warenwert. Und so einfach ist es möglich, bei der Bestellung von Topshop etwas Geld mit unseren Gutscheinen zu sparen. Das war's von uns, bis zum nächsten Mal. Ciao!